So sieht die Zukunft aus, mit einer Industrie 4.0 als einer Vernetzung von Wirtschaft und Digitalisierung. Aber wenn Arbeitsprozesse immer automatisierter werden, entstehen auch neue Gefahren für Unternehmen. Genau hier setzt der Sicherheitstag 2016 in der Kalkscheune in Berlin an. Information durch Prävention. Wir wollen Unternehmen, Sicherheitsverantwortliche, informieren über Risiken, über Bedrohungen. Wir wollen aber natürlich auch Sicherheitsverantwortliche zusammenbringen mit Lösungsanbietern, mit Behördenvertretern, weil wir glauben, durch Vernetzung kann man sich eben besser schützen. Über 100 Sicherheitsverantwortliche verschiedener Unternehmen aus der Automobilbranche, der Chemiefabrikation oder der Telekommunikation sind zusammengekommen. Sie wollen über den globalen Megatrend Digitalisierung diskutieren. Industrie 4.0 sind fantastische Möglichkeiten und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir Sicherheitsverantwortliche das Thema nicht blocken, das Thema nicht verlangsamen, sondern eben diese Entwicklung auch aktiv mitbegleiten und unterstützen und damit eben sicher machen. Denn die Chancen für uns alle sind natürlich hervorragend. Es entstehen neue Möglichkeiten, gerade für ein ressourcenarmes Land wie Deutschland. Jede 40. deutsche Internetseite ist bereits von Viren oder Hackerangriffen infiziert. Aber die meisten Unternehmen merken Cyberangriffe erst nach durchschnittlich 243 Tagen, oft viel zu spät. Hilfe bekommen Unternehmen dann zum Beispiel vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie analysieren die Angriffe und können sogenannte mobile Eingreifgruppen schicken. Die mobile Eingreifgruppe oder die MIRZ, das sind die Mobile Instant Response Teams, das sind praktisch diejenigen, wenn wir einen schweren Angriff haben in der Bundesverwaltung, die dann hingehen und praktisch den Patienten in eine stabile Seitenlage bringen, sodass die IT wieder funktionieren kann, sodass normal weitergearbeitet werden kann. Angriffe erfolgen oft durch Spam-Mails, Links oder durch die eigenen Mitarbeiter, weiß Jens Kriegkern. Der liebe Kollege in der IT-Abteilung, der die Beförderung nicht bekommt und denkt, jetzt ist mein ehemaliger Kollege mein Chef, den mag ich eigentlich gar nicht. Und genau deshalb kündige ich jetzt. Und ich hinterlasse noch ein kleines Abschiedsgeschenk, nämlich ein Virus auf den Systemen. Das kann der sein, das kann aber auch der Mitarbeiter sein, der einfach versehentlich eine Datei löscht, eine Datei verschickt, verändert, was auch immer, was dann zu Auswirkungen führen kann. Und Arne Schönboom hat noch einen Tipp für einfachen Schutz. Also auf der einen Seite natürlich machen Sie bitte Backups, Backups, die sich auch regelmäßig aktualisieren. Aber nicht die ganze Zeit mit Ihrem Rechnersystem verbunden sind, weil ansonsten die Schadsoftware sich darauf auch dementsprechend herunterladen kann, sodass es ansonsten getrennt ist, also sichere Backups machen. Auf der anderen Seite auch aktivieren Sie ja auch immer Ihr Patchmanagement, dass also Lücken automatisch geschlossen werden, die Software entsprechend abgedatet wird. Ein Backup für den Datenfluss und der ist gewaltig. Was die Menschheit in den letzten 2000 Jahren als Daten produziert hat, wird heute im Zeitalter der Smartphones und sozialen Netzwerke an einem einzigen Tag produziert. Aber neben Informationsschutz muss auch ein Schutz vor Maschinen und Robotern entwickelt werden. Denn die werden immer intelligenter programmiert, warnt Buchautor Ulrich Eberl. Wir werden in den Fabriken in Zukunft immer mehr direkt mit Maschinen zusammenarbeiten, das heißt auch mit Robotern, ohne dass da irgendwelche Schutzzäune dazwischen sind. Das heißt, die Arbeit muss natürlich sicher sein. Also der Roboter darf natürlich keine Menschen verletzen. Und zugleich muss er auch die Daten schützen in den Fabriken. Das Leben im Jahr 2050 stellt sich der Autor so vor. Also ich denke, dass wir 2050 in einer Gemeinschaft zwischen Menschen und smarten Maschinen leben werden. Die smarten Maschinen werden für uns so selbstverständlich sein wie heute die Smartphones. Jeder hat heute ein Smartphone dabei. In Zukunft werden wir ganz selbstverständlich mit solchen intelligenten oder halbintelligenten Maschinen umgehen. Ein Schutz vor Cyberangriffen könnten sogenannte Cyberversicherungen bieten. In Amerika, schon geläufig, bieten sich hier erst einzelne Versicherungsunternehmen an, wie die Allianz. Also in erster Linie muss man sich mal von dem Gedanken lösen, dass eine Cyberversicherung was Traditionelles ist und nur eine Rechnung übernimmt. Im ersten Moment bieten wir natürlich Zugriff auf die entsprechenden Experten, die ich nach einem Cybervorfall brauche. Ein Cybervorfall kann eine größere Krise bei einem Unternehmen auslösen, weil sie nicht genau wissen, welche Daten sind jetzt davon betroffen. Auch für Privatpersonen schon möglich, aber im kleineren Stil. Einen ganzen Tag lang haben die Experten und Sicherheitsbeauftragten von Unternehmen diskutiert, wie die Industrie 4.0 für alle in Zukunft sicher genutzt werden kann.